Alter, wie siff ich die ist! Schöne Sifftolette. Schöne Sifftolette. Alter, auch der Himmel. Klar, ist natürlich nicht die schönste Grafik der Welt, aber reicht ja völlig. Das ist ja so geil. Das sieht so gut aus von... Boah. Wow. Ob wir das überleben werden? Ich weiß ja nicht. Ich will auf jeden Fall nicht in die Burne gehen. So. Hast du noch... Nein. Oh nein, was hast du auf mich jetzt angestupst? Nein, bloß nicht. Ähm, hast du, ähm... Gott. Ja, meine Fackel hier. Ähm. Waren unten noch Möbelstücke? Ach, hier. Gekochtes Ei kann ich... Oh, aber das kann ich nicht bringen, gekochtes Ei zu machen, da geht das Wasser weg. Ne. Ich glaube... Hä, konnte man nicht aus Yucca oder irgendwie sowas? Ja, Yucca, aber jetzt brauchst du Wasser neuerdings noch dabei. Guck mal, Yucca Juice heißt das, glaube ich. Sehe ich gerade gar nicht. Du brauchst jetzt Wasser. Yucca Juice, äh, Getränke, Spiritus, nö. Hey, Yucca Juice sehe ich gerade gar nicht. Ich klicke mal auf die Yucca Palme. Genau, Yucca und dann musst du sagen Rezepte oder irgendwie sowas. Und dann steht da nämlich, du musst... Yucca Saft. Du musst nämlich jetzt Wasser haben. Früher reichten die Pflanzen alleine. Da konnte ich mich echt immer gut mit über Wasser halten. Richtig. Aber Yucca Juice, mach du Scheiße. Okay, das braucht noch viel mehr. Ein anderes Yucca Smooth oder was, ne? Ja, der Smoothie. Alter. Schade. Schade. Ja, hallo. Aloe Vera, Rezepte, Aloe Creme. Mit Aloe... Boah, Aloe Creme können in Erste-Hilfe-Bandagen gefertigt werden. Ich hab ne Errungenschaft. Brush, who's the dead? Scheiße, und wann hört das? Ja. Vier Uhr. Oh. Ich mach nochmal... 35 Pfeile, dann hab ich 70. Schmeiß ich dir die Hälfte raus. Aber irgendwas ist kaputt gesungen. Aber ich hab grad... Also ich guck grad bei mir... Ich hab schon 64. Okay, ja. Ich glaub, die sind nie verkehrt, ey. Ne. Aber ich glaub, ich hab auch noch Federn. Ja, ich hab noch Federn. Weiß ich, ich schieß mir auch mal welche nach. Hast du Closed Fragments? Also so Stofffetzen? Ne, gar nicht. Okay, pass auf. Ich hab 16 Stück. Ich guck mal, was ich... Wow. Sehr gut. Aber wieso kann ich dann keine Rezepte anwählen? Wenn sammle ich gleich Cotton. Weil mit Cotton kriegt man ja auch diese Closed Fragments. Und dann kann man sich schön, ne, Bandagen... Ja, genau. Bandagen bauen. Ja, ich guck gerade Closed Fragments und sag dann Rezepte. Oh nein, sag jetzt nicht, das geht nicht. Ah, da. Doch, da. Bandage. Acht Stück mach ich. Wow. Ja, ja, lass dich mal durchlaufen. Ich frag mich. Ach ne, okay. Fürs Pfeile machen kriegst du keine Experience, oder? Ich steh jetzt neben dir. Da wird für dich unten nix angezeichnet, dass du plus irgendwas kriegst, ne? Ich glaub nicht, weil ich auch welche gemacht hab. Also, äh, warte mal. Die Kiste ist da. Hallo? Ähm, okay. Die drei Eier, die ich hier drin hab, schmeiß ich auch noch mal dazu. Ähm. Ich hier, der Gebietsschutzblock, den braucht man ja auch nicht, um... Hm, hab ich da auch... Ah, okay. Ey, guck mal, du brauchst für Bacon and Eggs nur noch einen Kochtopf. Früher brauchte man dieses Ross-Gitarre. Brauchst du nämlich nur noch ein Dings für. Dafür musst du aber, glaub ich, den Master Chief aber haben. Da muss ich... Ah, jo. ...back potato und so, siehst du? Weil sonst kannst du das nicht. Du kannst zwar Wasser abkochen, das ist kein Problem, und so ein Charot-Meat kannst du machen. Das war's dann aber auch. Geil. Meine Herren. Ähm. Da hätte ich doch jetzt gerne eine Woche Urlaub und würde die gerne hier drin verbringen, ne? Ja. Boah. Ramgo. 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 Der Ramgo ist in der Eingangshalle. Boah. So, noch ein Stündchen, dann können wir wieder raus. Obwohl, ich packe mir mal diesen Ort hier, einfach mal jetzt schon als... Ich markiere mir den irgendwie. Ach so, M auf der Karte. Genau, Wegpunkt speichern hier. Das kann aber auch sein, dass wenn du die Batroll da gelegt hast, siehst du, du hast ein weißes Bett da drin. Oder ein grünes, siehst du. Da, wenn du den Nagel noch ranzukollst. Ja. Brauchst du eigentlich nicht, weil den müsstest du eigentlich im Kompass sehen. Dreh dich mal genau. Wenn du hier stehst zum Beispiel und drehst dich mal rum, dann siehst du nämlich das Bett oben. Ja, du hast recht. Also der wird angezeigt, die Batroll. Warum die jetzt hier mitten in der Luft steht, ist natürlich... So, ich will eigentlich bessere... Wahrscheinlich über Intelligenz werde ich auch... Stimmt, habe ich noch... Ich muss mal nachgucken, was es da überhaupt gibt. Meiner... Was ist denn hier Archery? Irgendwo gab es noch den Hunter, glaube ich. Motherload ist auch interessant. Auf Strange? Auf Strange? Wo ist denn Strange? Du hast ja oben bei Skills, hast du ganz oben, kannst du... Ganz oben. Skillist. Ja, ja. Und dann hast du ein Auge, Perception. Rechts daneben ist so ein Arm. Da kannst du draufklicken. Da ist Strange. Ah, so ist das, ja. Und bei Strange, dann ganz unten, da steht Motherload in Englisch. Ja, ja, ja. Wenn du da anklickst, da heißt Harvest 20 pro mehr vom Ore, Stone, Terran, Block and Trees. Also 20% mehr raushauen. Oh, okay, gefällt. Ja. Und einen da drüber ist Pack Mule. Auch interessant. Ja, stimmt. Carry four more items. Also damit machst du das Inventory in der Freie. Jo. Die beiden sind gut. Heavy Metal. You have 20 to knock down enemies with a heavy weapon. Das wird wahrscheinlich Hammer sein, schätze ich. Ich hätte jetzt eher gedacht, ob ich das nicht hier irgendwo hinkriegen kann, mit einem besseren Bogen oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Ich guck gerade. The Huntsman harvests 20 more resources from animals using a bladed tool or weapon. Okay. Irgendwo geht das, bin ich mir felsenfest überzeugt. Ja. Du kannst, irgendwo kannst du nämlich, die haben nämlich im Spiel ja auch Dings auf Level 2 gehabt. Dann würde ich uns, dann würde ich das nämlich lernen. Mhm. Wenn ich das finde, Perception, Archery, 10 faster aiming. Gility, ja Intellekt hätte ich jetzt gedacht, hat da jemand. Sderic Adventurer. Ach ja, Intellekt kannst du auch noch dann direkt auf das erste, oben 10 Punkte reinballern. You can craft vault items, you can craft poor quality, 10% faster, 20% faster und dann da drunter die Perks, okay. Agility. Warte, wenn ich jetzt in den allerersten Punkt was reinpacke, was bringt mir das? Weißt du was, ich hol mir da einfach mal. Perception? Ja, ich mach jetzt einfach mal in Intelligenz. Achso, weißt du nicht, Intellekt, das heißt doch dann rechts, you can craft vaulty quality image, hab ich ein, und dann you can craft poor quality items, crafting 10% faster. Aha, jo. Okay, hab ich einfach eben wieder nur zu sehr überflogen. Weil ich glaube nämlich, dass manche Sachen, die, ich sag's mal, wenn du bei, wo ist denn da, Fortitude guckst, dieses Kreuzsymbol. Warte mal, warte mal, ja, ja. Kreuzsymbol, da kannst du ja Attitude, den ersten 10 Punkte reinlernen. Ich glaube, dass die Sachen da drunter, alles, Survival Perks und und und, dass die Sachen, ich sag jetzt mal, den Huntsman nehmen wir mal, ich glaube, dass du den zwar auf Level 1 laden kannst, lernen kannst, aber Level, ich sag jetzt mal 3, musst du nachher wahrscheinlich Fortitude haben auf, weiß nicht, 5 oder 6 oder sowas. Das ist ebenso, das ist mit Sicherheit davon abhängig. Ich kann das nur nicht sehen. Das ist so eine Vermutung. Ja, aber das wird, doch, da bin ich sicher, das wird so sein, hast du recht. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir dann an einen besseren Bogen? Archery ist klar. Das ist die Frage, Alter. Lucky Looting? Lucky Looting hört sich auch geil an. Ja, das hatten wir ja damals immer, ne, so ein Perk. Better, nee, Bartha nicht. The Daring Adventurer. Ja, you can quest rewards, completing quests. Ja, das ist ja scheiße. Hammer and Forge. Ja, Workbench, Steel. Wo ist denn Hammer and Forge? Ähm, Intellekt und dann... Ah, aber was muss man dafür haben? Ach, das war, glaube ich, Level 20 oder sowas nachher. Wow. Aber hier steht, use forges and workstations to craft, to craft, better. Better weapons and ammo. Genau. You can craft B-Cycles, advance engineering. Ja, das kannst du auf jeden Fall, das ist nicht sofort. Pain-tolerance-extrained. Ja, gute Frage. Ich habe keine Ahnung, was man da lernt. Also, wenn, das müsste... Warte mal. Perception. Was heißt denn Perception auf Deutsch? Weißt du das? Ne. Dann... Entweder ist es hier oder es muss unter Intellekt sein. Dead Eye. Ganz länger. Ja, das macht doch kein... Oder... 10 Minuten. Narrow. Narrow. Don't bury treasure location to 7 meter. Average harvest 20% faster. Aha. Run and gun. Boom, headshot. Soll ich einfach mal den... den Huntsman lernen? Ja. From animals 20% mehr? Jo, jo. Habe ich. Ach, ich habe 5 Punkte insgesamt. Ja, genau. Ah. Ich habe schon alle 5 jetzt gerade verlernt, immer wieder auf... Dann lerne ich auch... Healing Factor lerne ich einen Punkt. Oh, das klingt gut. Alle 30 Sekunden eine Healing. Keine Angst, das bin ich. Der hier eine. Oh, das ist glaube ich keine... Ja, jetzt habe ich es aber schon gemacht. Das war keine gute Idee. Warte. Ja, okay. Bist du jetzt oben oder unten rum? Nee, ich bin unten rum. Das war völlig doof. Ich habe die Tür hier eingeschlagen. Wir können ja eigentlich mit diesen Holzblöcken wieder nach oben. Habe ich verkackt. Habe ich nicht dran gedacht. Na. Ich bin oben auf dem Dach, aber... Ich muss mal runter. Warte. Ich komme jetzt auch einfach mal... Bist du da? Okay. Also, irgendwo ist hier unten einer. Bist du schon unten, Tibor? Ja, ja. Okay. Ja, klar. Auf dem Scheißhaus. Also, ich sehe hier... Oh, ja. Okay. Ich sehe hier auch noch einen. Der scheint tot zu sein. Boah, der wackelt mir zu sehr. Ist der? Oh, sehr schön. Okay. Okay. Wie sind die denn reingekommen? Die haben sich da irgendwo... Warte mal. Kommt da... Hier, hier, hier. Von hinten. Da kommt noch einer rein. Da steht an der Tür, der Sauhund. Alter, ich sehe hier aber gerade ein Baumhaus. Achtung. Oh, nein. Ich habe verhauen. Oh. Warte. Ein Baum... Jo, wie geil ist denn das? Uh, uh, uh. Alter, wie geil ist denn das? Ja, gut. Ja, Mann. Ist ja egal. Ist ja egal. Alles durchsuchen. Ach, kommt man hier vielleicht rein? Vermutlich. Nein. Vielleicht haben die hier auch einen Pool wieder. Hinter den abgezäunten... Ah, hier ist wieder ein... Schleicher. Warte mal, können wir den... Kann ich den jetzt nicht einfach zerboxen, um da... Leider nicht. Also keine Knochenklinge. Da liegt meistens hier so was wie hier, nur größer, so ein... Wirklich so ein Kadaver auf der Straße. Okay. Oder du kommst da dran, indem du wirklich wild kaputt machst. Dann ja... Scheiße. Jetzt kommen wir gar nicht so einfach zum Baumhaus. Ach, doch, hier ist die Tür auf. Bisschen rumlaufen und dann... Ich bin auf dem... Ah, auf dem... Ach du Scheiße. Ach, da ist die Tür hinten auf. Da ist dann ein Gitter. Okay. Oh, Alter. Ich... Ich hab den Loot des Monats. Ich hab ne Pistole. Geil. Und ein Eisen... Oh. Eisen verstärken... Irgendwas. Knüppel. Knüppel. Ey, guck dir mal die Lampe an. Ja, Mann. Die sieht voll geil aus, ey. Vor allem hier geht's in den Keller. Oh, nee. Da geht es nicht runter. Da ist alles voller Spikes. Und, ähm... Okay. Ich mein, da kannst du ja gerne mal reinspringen. Ich geh dann lieber durch die Tür hier. Warte. Beziehungsweise rechts daneben ist schön. Da, ich geh unten lang. Boah. Ja, mach das mal. Du musst bitte anlaufen, ja? Du haust dich hier, ne? Ich bin schon wieder out of stamina. Ähm. Ich hab jetzt aber auch wirklich vier Inventarplätze mehr, ne? Die ich... Ach, du hast, äh, äh, den Dings gelernt. Okay, sehr geil. Ich hab aber auch nur einen Punkt drauf, also... Aber der macht dann vier Plätze mehr frei auf den Eins? Das ist ja geil. Dann werd ich da gleich auch, äh, mal einen drauf werden. Okay, ich bin drin. Klipper. Hier hinter. Oh. Der gefällt mir ja gar nicht. Scheiße. Ah, was hab ich gemacht? Ich blute. Scheiße. Nimm. Ach, die Bandage nicht. Aber ist egal. Ich nehm hier diese eine Heilnür, die ich hab. Ja, sonst hätte ich gesagt, ich, äh... Schon genommen, schon genommen. Ja, da, da sind auf jeden Fall auch Bandage rausgekommen. Scheiße, ja, da hab ich mich schon wieder zu sicher gefühlt. Ey, ich schwachkopf. Ah, ey. Ist doch kein Left 4 Dead. Nein! Oh, was hab ich gemacht? Na, warum schießt der nicht? Ich hab doch gedrückt. Oh! Boah, das war knapp. Alter. Oh, ich dachte, der wäre... Alter, er schießt nicht. Ja, du, du musst ganz durchziehen. Boah. Wenn du Feuer aufhörst, dann, äh, bricht er ab. Hier, siehst du das hier? Hast du das gesehen? Da ist da ausgesonnen... Da sind manchmal so Dings hinter. So Verstecke. Oder auch hinter Lampen, hinter Bilder, hab ich auch schon gehört. Okay. Was ist das hier? Oh, ist ja schön. Was ist denn das hier? Oh, ich hab auch einen Kochtopf. Sehr geil. Oh, Honig. Sehr schön. Sehr geil. Ich ess mal eine Suppe. Oh, sehr geil. Also, die pusht auf jeden Fall die Stamina. Was? Oh Gott, er ist in den Stachelrad reingerannt. Ja, bin ich. Scheiße. Oh, hier ist nochmal Schinken drin gewesen. Und nochmal... Oh, oh. Schinken. Vor allem, ich frag mich, wenn du hier die Dinger nämlich kaputt haust... Da sind Electrical Parts von dir. Das wird bescheuert, ey. Bist du da? Okay. Krieg ich hier? Warte mal. Ich guck mal. Krieg ich hier Leder oder Stofffetzen raus? Leder. Achso. Da müsstest du was rauskriegen, genau. Ach ja, gut. Da hab ich ganz... Oh, ja stimmt. Du hast recht. Alter, wie sieht denn das in der Wanne aus? Können die mal hier die Wanne aufräumen? Boah, das ist ein Sifffdinger, ey. Und die Toilette. Alter, wie siff ich die ist. Schöne Sifft... Eine schöne Siffttoilette. Oh nein, ich will doch nicht... Ich glaub, die muss da draufhauen. Oder? Oh, ich hab da grad... die Haxe in den Rücken gehauen. Tat auch gut. Nein. Ähm... Oh, ich... Alter, ich hab keine Steine. Pass auf, der Fußbrunnen wird einbrechen. Ja. Ich hab keine Steine, Herr Doktor. Alter, hier sind Viecher. Hier sind Viecher, die uns nicht gefallen. Hast du gesehen? Militärviecher. Warte. Alter, hier ist direkt einer unter mir. Militärviech. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Aber ich find's hier spannend. Ach so, ja, das war ein anderes. Bleib doch da. Ich brauch Steine. Wie komm ich denn an Steine? Okay, es hat scheiß aus, es zerkloppt. Ich glaube, es kommt sogar von oben. Besuch rein, Alter. Oh oh. Dann kümmern sie sich mal. Nö, nö. Ich bin auf die andere Seite gegangen. Wie? Ich bin einfach rübergehüpfen. Aber ich weiß jetzt nicht... Ich komm hier nicht... Ich werd hier nicht mehr rauskommen. Was? Du kommst da nicht raus? Ich bin doch da auch rausgekommen, mein guter. Nein, ich bin runtergefallen. Ach, sehr gut. Ja, dann lass uns doch unten bleiben. Dann machen wir das. Drei Leute. Drei Leute. Scheiße. Weg hier. Ich kann nicht. Ich bin... Oh. Wo ist der... Wo ist der Knüppel? Hier ist noch einer. Die Verprügelmisch. Die Verprügelmisch. Ja, was soll ich machen? Du kannst überhauen. Oh. Ja, Problem ist meine Stamina, Alter. Ich komm hier nicht weg. Ah, ich komm hier nicht weg. Scheiße, ich bin so langsam. Ah, treff ihn. Treff ihn. Meine Stamina ist auch weg. Mach irgendwas. Ja, ich... Das ist nicht so einfach jetzt, ey. Schön. Mach irgendwas. Sehr geil, Arz. Nein. Ah. Ah, scheiße. Ich hab auch mitten in die... Alter. Da war mal... Mal eben, äh... Okay, nehm ich mal mit. Brauchen wir noch nicht. Äh, ich bin jetzt grad... Übrigens bin ich noch... Ich bin super langsam. Ich glaub, das liegt... Ah, aber ich lerne... War das gesagt? Motherload hieß das, ne? Jo. Motherload. Ja, da lerne ich auch einen drauf, ey. Oh. Die, da hab ich. Nö. Der hat mir da vier freigemacht? Ne, hat er nicht. Ich hab vier mehr. Ne, Motherload nicht. Pack Mule heißt das. Ich hab Motherload gelernt. Motherload ist 20% mehr Loot prügeln. Aus Bäume. Hier drin ist noch ne Pistole. Aber hier sind insgesamt noch mehr solche Waffenschachteln. Also unten ist noch ne Pistole Stufe 1 drin. Stopp. Da ist ne Pistole 1 drin. Was ist das hier? Oh. Ne Pistole... Ich hab keine Steine. Das ist das Problem. Noch ne Pistole Stufe 2. Ich hab keine Steine, mein guter. Meine Waffe ist kaputt. Ach so, äh, ach so. Äh, warte, ich... Zwei, drei Stück oder so. Zum Reparieren. Ja. Na, ja, warte, ja, komm. Warte, ich schmeiß dir zweimal, zweimal vier. Ja, aber dann... Weil da drüben sind auch noch welche, dann picke ich gleich noch. Also, oben links ist ne Waffe Stufe 2 mit. Ich hatte die Pistole jetzt hier unten aus dem linken rausgenommen. Warte, hier oben ist noch. Ja, aber oben links ist Stufe 2. Ach du Scheiße. Was? Irgendwas Gutes oder Schlechtes? Alter, dreh dich mal um. Dreh dich zu mir. Zu mir. Ich seh's nicht, ich seh's nicht zu. Du siehst das nicht, was ich führe? Ist das ein Maschinengewehr, ne Uzi? Ne MP5, ja. Oh, lecker. Und weißt du, was ich für dich habe? Also, ich hab, äh, auch ne Schrotze gefunden. Und ich habe in der Kiste eine Jacke gefunden. Oh, très bien. Und ich hab ne Pistole, ist das mega. Ist ja, ist ja, ist ja mega abgedreht. Ah, Rezepte. Ich muss jetzt mal hier kurz gucken. Bandage. Oh ja. Ich will ne einfache Bandage machen, Verband, so. Rezepte, Bandagen, vier Stück, Craften. Ich möchte was essen. Ich möchte was essen. Mhm. Ich hab nur noch total wenig Heels. Ich auch. 31. 60. Ah, jetzt hat er da unten auch, ja, alles klar. Jetzt hab ich die vier Slots auch mehr, sehr geil. Woodframes weg. So, ich probier jetzt mal aus dem Aloe Vera. Ich mach jetzt ne Aloe Creme und ich guck mal, ob ich das irgendwie an die Bandagen packen kann. Ah, gute Idee. Sonst kacke ich hier voll rein, ey. Hu, hu, hu. Ah. Was ist das? Er sortiert das auch im Inventory, wenn du einfach auf Inventory auf den Rucksack da reinklickst. Sehr geil. Untouched. Nix drin. Auf jeden Fall geile Location und schöner. Also, es ist toll. Ja. Auf jeden Fall. Wenn ich das jetzt noch... Warte mal, ich picke mal ein paar Steine, mein Guter. Weil ich bin so aufgeregt, ich könnte ne Woche Urlaub haben, jetzt, das wär geil. Ja, ey. Warum kann ich die nicht fertigen? Du hast das erforderliche Rezept nicht erlernt. Oh, deshalb kann ich den Erste Hilfe-Verband nicht... Ne, der muss ne Rezepte haben, das ist richtig. Das ist doch scheiße. Oh, jetzt muss ich irgendwas loswerden. Ich bin so voll. Ich schmeiß Benzinkarnister erst mal weg. Ja, mach das. Was ist mit Bandagen, wenn man die benutzt? Heilt der sich dann, ja, ne? Früher war das nicht so, ne? Ah, doch. Die Maximum geht rauf. Die Maximum geht rauf. Aber nicht die eigentliche Heals. Du drückst den Maximum-Wert wieder nach oben. Aber du heilst dich nicht. Ah. Das ist genau wie mit dem Essen. Es drückt die Maximum von der Stamina rauf. Mehr nicht. Scheiße. Und dann musst du essen. Du musst essen. Du musst jagen gehen. Du musst dir was zu essen holen. Ich muss jetzt gerade sogar auch einfach mal essen. Gute Idee mach ich auch, ey. Jetzt hab ich aber nicht mehr. Also doch, ich hab noch eine Lamm-Ration, aber... Ich hab noch eine Lamm. Ah, nee. Ich hab noch so einen Sham. Ich weiß nicht. Schinken könnte das sein, so eine Dose. Und ich hab noch Katzenfutter. Geht's denn hier? Alter, hier geht's doch bestimmt noch irgendwo anders lang. Boah, ist das geil. Wenn ich jetzt ein Stück gehälte... Aber guck mal. Bei mir ist jetzt ein bisschen Leben nach oben gegangen. Ich hab jetzt 40. Ich weiß nicht, ob das vom Essen kam. 41? Das müsste vom Essen kommen, weil die Bandage hat nämlich nur meine Maximum-Heals nach oben gedrückt. Okay. Aber 41 ist natürlich auch nicht viel. Nee, man muss aufpassen. Oh, hier ist noch irgendwas untouched. Oh, hier sind auch noch mal Stoffdinger. Noch immer kein Wasserloch gefunden, ey. Nee, ich glaub, wir müssen gleich irgendwie... Oh, was ist das denn hier? Gibt's das auch? Was ist das? Oh, ich hab ne Idee. Alter, ich werd immer langsamer. Was ist denn los? Hier war ne Leiche drin. Ja, ja, hackt das kaputt hier. Da direkt drauf. Das gibt... Also hier auf jeden Fall gab's Stoff. Jo. Ja, dann müssen wir erstmal raus hier, Alter. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Ach, weil ich in der Leiche steck, ne? Ja, wenn... Ach, hier ist noch ne Couch. Die können wir kaputt hauen, Tibor. Okay, ich hau mal dat hier. Was ist das? Okay. Ach, das ist Holz. Hier, das ist Holz, wenn man's kaputt haut. Okay, wie kommen wir denn da... Kann man da oben drauf springen? Oh, man muss nur passend springen. Oder wir nehmen ne Woodframe. Ich glaub, ich bin zu langsam, um wirklich... Hm. Haben wir noch Woodframes? Woodframes, Woodframes. Komm. Alter, ich bin hier so langsam, weil ich, glaub ich, immer durch diesen Zombie-Match warte. Bin ich langsam? Einer reicht schon. Einer reicht schon. Guck mal, ich komm noch nicht mal den... Guck mal. Guck dich mal um. Guck mal, wie hoch ich springe. Ich komm da nicht hoch. Bist du geduckt eventuell? Leck mich am Arsch. Ich hab doch schon hundertmal noch auf STRG gedrückt. Boah, ich hab mich schon gewundert, warum ich so scheiße langsam bin. Warte mal, wenn ich geduckt... Ja, dann kann ich... Aber dann hast du unten ne Augenanzeige links. Wenn der geduckt ist. Und je niedriger der Wert ist... Oh, hier ist auch noch ein Cockpott. Jo. Und noch ein Pfeil in der Wand, den nämlich auch noch mäht. Er gibt alles Sinn. Jo. Haben wir jetzt eigentlich... Das muss doch irgendwo noch nach oben gehen, oder? Oder war es das jetzt hier? Also das ist die Etage, in die wir reingekommen sind, ne? Was ist denn hier? Warte mal. Kann man das weghauen? Hier diesen Scheiß-Stacheldraht. Das ist doch bestimmt ne Barriere. Wir nehmen mal den linken. Und den rechten hauen wir jetzt auch weg. Gut. Polster weghauen. Jo. Hallöchen. Ich mach links. Jo, ich auch. Ach, ne. Da waren wir, Fieber. Ach ja. Aber, äh? Ja gut, dann... Wenn es keinen Weg mehr rauf gibt, dann muss es doch das gewesen sein hier, oder? Wohl, wenn es danach geht. Ja gut, oben ist alles ziemlich zertrümmert. Ey, man kann den Grill untersuchen. Was ist denn da drin? Kohle, okay. Ach stimmt, wir sind gar nicht weit gekommen. Wir sind direkt hier ins Nächst. Ja, wir sind einfach, ähm... Hatte ich schon wieder völlig vergessen. Ich war so... Warte, ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Richtung wir kamen. Kamen wir hier? Noch ein Kochtopf. Äh, guck mal, südöstlich. Stimmt, wir kamen... Warte mal, ich guck gerade in den... Ich guck gerade in den Norden, ne? Ja. Das heißt, da kamen wir aber nicht her. Warte mal. Nein, nein, wir kamen von hinter uns, glaube ich, oder? Warte mal, Karte aufmachen. Wollen wir mal so in die Richtung, wo grün ist? Ja, bitte, ja, bitte. Wir haben ja jetzt auch noch nichts so wertvolles, das Wichtigste haben wir am Mann. Komm, lass uns mal ein bisschen rennen und mal gucken, ne? Ein paar Pfeile noch machen. Ja, das wäre gut. Ich hab gerade keine... Boah, ich krieg den Baum noch nicht mal gehauen. Alter, zu doof, um den Baum zu hauen. Fester. Alter, zu doof, um den Baum zu hauen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020